Heyo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind heute mal auf der Honda unterwegs, weil ich vermute fast, dass das jetzt so mit die allerletzten Fahrten dieses Jahr werden. Ja, wir sind ja bis jetzt immer, oder ich, Datta oder alle allgemein, immer das ganze Jahr durchgefahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Fahrzeuge, gerade jetzt hier, was die Honda und so sind, die leiden halt zu sehr an diesen salzigen Straßen. Also aktuell ist ja noch keinem selbst gestreut. Deswegen nehmen wir das jetzt hier einfach nochmal schön mit und machen jetzt hier so quasi eine kleine Bewegungsfahrt. Ja, schön. Ja, das ist halt das ganze Salz. Das ist halt zu eklig. Das zieht überall rein. Und so viel waschen kannst du das Motorrad dann auch nicht, dass das am Ende keine Folgeschäden hinterlässt. Also von daher glaube ich, dass wir dieses Jahr im Winter mit dem Motorrad nicht unterwegs sein werden. Weil es ist halt, wie gesagt, es ist einfach zu schade, um die Technik, um die hinzuopfern. Wir werden mich jetzt diesen Winter dann wohl komplett mal um das Dekor von der Maschine kümmern. Also sprich, das, was jetzt hier dieses Stickerbomb ist, dann nochmal gucken, ob alles vernünftig klebt. Wenn nicht nachkleben, also sauber machen, nachkleben. Und dann wird die ganze Maschine, wird das ganze Dekor mit Klarlack versiegelt. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sieht aber trotzdem geil aus. Aber, es gibt das ganz große Aber. Man muss ja auch hin und wieder mal die ganzen kleinen Leichen davon entfernen. Und glaubt mir eins, also nur gestickert, ohne Klarlackschutz, absoluter Hass. Absoluter Hass. Weil entweder ziehst du irgendeinen Sticker wieder ab. Oder, ja, du kriegst die Scheiße nicht richtig runter, weil du es in die Ecken von den Stickern reinreibst. Danach kannst du drauf warten, löst sich dann irgendein Sticker. Ja, das ist halt einfach Katastrophe. Und dann kommt ja jetzt hier noch erschwerend hinzu. Gerade was jetzt das Fahren angeht, ist jetzt hier die absolute Laubzeit. Das wird jetzt schon wieder so richtig eklig. Ich war jetzt vor kurzem am Küffhäuser. Da liegt mittlerweile so viel Laub rum in manchen Kurven, dass es halt einfach auch nicht mehr schön ist. Wo du da halt wirklich sagst, naja, gut, okay, ballern ist sowieso jetzt vorbei. Und gerade mit dem Laub ist halt doch schon ein enormes Risiko, wenn du da in eine Kurve kommst und auf einmal nicht der Laub. Aber es soll ja auch heute gar nicht hier jammern und irgendwie sein. Das ist ja noch schönes Wetter und ich denke mal, solange die noch kein Salz streuen und es nicht zu krass kalt wird, werde ich vielleicht auch noch das ein oder andere Mal mit dem Motorrad fahren. Weil ihr wisst ja, meine Fahrzeuge sind alle ganzjahres zugelassen. Also auf jeden Fall, MZ, die wird dieses Jahr Winterschlaf machen, definitiv. Also ja, tue ich das nicht an. Das Einzige, was vielleicht diesen Winter bewegt wird, ist dann die Simmer. Das ist aber schön. Das ist immer so das, dass mir den ganzen Winter dann wieder fehlen wird. Und dieses Haar ziehen und die Welt ist schön. So, gut. Dann hatten wir mal wieder unsere 5 Minuten. Ja, schön. Ja, dieses Jahr natürlich, ich weiß nicht, Zeitmanagement Katastrophe. Absolut das, was kommen sollte, eigentlich kommen sollte, was groß geplant und angekündigt war. Hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich, wie gesagt, auch zeittechnisch ein bisschen alles schwierig. Und ja, ich habe es schon so oft gesagt, also ich will jetzt auch nicht drüber jammern. Das ist halt einfach, Zeitmanagement ist halt eine riesengeschichte. Und jeder, der selber arbeiten geht, der kann sich sicher vorstellen, gerade jetzt kommt die Zeit, wo du halt auch wirklich, wie soll ich das jetzt sagen, du kommst nach Hause und es ist dunkel. Also bleiben dir halt wirklich nur die Wochenenden, mehr oder weniger, um Videomaterial aufzunehmen, Videos zu produzieren. Und Wochenende ist natürlich auch immer so ein bisschen Gefahr. A, Familie, B, Riesenfaktor, Wetter. Ja, also das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall sehr schwierig. Und dann kommt noch ein ganz krasser Faktor bei mir jetzt dazu. Bei mir wird jetzt die Straße reduziert, ähm, gemacht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mal in der Woche einen Tag frei habe, dann weiß ich noch lange nicht, ob ich dann, oh pahla, mit dem Motorrad auch zu Hause rauskomme. Weil das ist ja jetzt die nächste Frage. Im offizierten Schreiben stand da drinnen, die Straße ist komplett gesperrt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das Motorrad den ganzen Winter über jetzt irgendwo anders fahren werde. Das kommt bei mir schön in die Werkstatt. Dass ich da jetzt im Winter über auch was dran machen kann. Es nützt mir nichts, wenn das Motorrad irgendwo anders steht, ich nicht drankomme. Und dann halt auch dementsprechend nicht weiterkomme. Weil wie gesagt, nächstes Jahr soll, ähm, neues Dekor stehen. Und ja, dementsprechend muss das Motorrad definitiv auch bei mir sein. Ansonsten wird das nämlich alles nichts. Und das wollen wir halt auch wie gesagt diesen Winter fertig machen. Ist jetzt halt die Frage, wollt ihr sehen, wie, was, wo hier geändert wird? Oder wollt ihr eher so diesen, diesen Überraschungseffekt im, im Frühjahr dann so, zack, Leute, das ist sie. Jetzt ist sie fertig, jetzt ist sie frisch gemacht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt wirklich so ein bisschen, ähm, was dann halt gemacht wird. Ob ich das Video technisch festhalten soll. Oder ob ihr dann halt einfach im Frühjahr dann die Überraschung haben wollt. Surprise, surprise. Das haben wir gemacht, so sieht sie jetzt aus. Ja, wie gesagt, das könnt ihr mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann ist ja das nächste Projekt, was jetzt ist definitiv mal angefangen, oder was jetzt mal weitergehen muss, das ist ja zu E-Projekt. Da krieg ich eine absolute Krise. Also, das, ich schiebe das mehr oder weniger wirklich vor mir her. Gut, ich hatte jetzt auch ein paar Baumaßnahmen zu Hause, bei den anderen Videos verfolgt, der weiß, äh, Treppe, obere Stockwerk, das wollen jetzt halt wichtigere, äh, Projekte. Also halt auch, ja, ohne Treppe, ohne Fußboden, ist halt scheiße. Ja, und da muss da halt jetzt ein bisschen was gemacht werden. Da ist natürlich die Hauptenergie ins Bauern geflossen. Und dementsprechend ist nachher nicht viel passiert. Tja, Leute, wie gesagt, ich wollte euch jetzt nur hier ein kurzes, äh, Hello, ich bin's, der El Kolben-Video geben. Dass ihr mal seht, ich bin noch da. Ihr könnt mich auch immer auf dem Schirm behalten. Es ist, ähm, ja, es ist, wie es ist. Es ist, auf jeden Fall, äh, kommen Videos. Ich vermute jetzt einfach mal, jetzt über die Wintermonate, vielleicht nur alle zwei Wochen. Weil ich's halt auch wirklich zeitlich nicht schaffe, jede Woche ein Video zu produzieren, aufzunehmen. Äh, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich dann die nächste Zeit überhaupt mit den Fahrzeugen bei mir vom Grundstück runterkomme. Beziehungsweise, ob ich da überhaupt wieder zurückkomme. Das ist halt so die Frage aller Fragen. Und dementsprechend muss ich dann mal gucken, wie ich das alles zeitlich eintakte, manage. Dann ist jetzt noch ein anderes großes Projekt, die nächste Zeit, ähm, was ansteht. Was dann auch wieder relativ viel, viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Also sprich, äh, Projekt, ähm, naja, was soll ich jetzt sagen. Ich würde jetzt nicht sagen Gaming Room, aber halt Büro. Und das Projekt wird definitiv nochmal, äh, gut Zeit in Anspruch nehmen, weil da muss da Boden gemacht werden, da müssen Fliesen gelegt werden, Wände verputzt, da müssen Rohre zurückgebaut werden. Also da ist auf jeden Fall noch ausreichend Potenzial mit Bauen, was die nächste Zeit auf mich zukommen wird. Und dementsprechend, wie gesagt, ich denke mal alle zwei Wochen, äh, realistisch jetzt ein Video zu bringen. Über den Winter im Frühjahr dann, ja, ich weiß, ich sag's jedes Jahr, aber ich muss mich wirklich mal da ransetzen. Mittlerweile muss ich ja wirklich sagen, erstmal wirklich vielen, vielen, vielen Dank, ähm, über 600 Abonnenten. Wirklich, ihr seid absolut geil. Mittlerweile merkt man halt auch wirklich, äh, man hat eine Community, auch wenn es eine kleine Community ist. Meistens, muss ich ja gar nicht so sagen, sind die kleinen Communities, die geileren Communities. Mal gucken, wer das Video jetzt an der Stelle noch guckt, na. Die kleineren Communities, die dich wirklich jeden Tag, ja, die wirklich jedes Video gucken, ja, und die von Anfang an mit dabei waren. Und das sind halt wirklich die, äh, treuen Communities, wo du auch wirklich weißt, Leute, danke. Ihr seid da, euer Like ist ehrlich. Und, ja, es ist halt einfach, ich weiß, dass ich hier nicht in dieser Region bin und mit mehreren tausend oder hunderttausend Abonnenten, Followern, ja, ich mache das hier nicht. Ja, ihr macht das hier einfach nur, um mein Hobby mit euch zu teilen und vielleicht auch das ein oder andere, also ihr wisst, es kommen ja auch Werkstattvideos und alles. Vielleicht jetzt die, die das erste Mal jetzt ja durch dummen Zufall reinschauen. Hier kommen ja auch Werkstattvideos. Hier, wie gesagt, Verkleidung werden auch Videos kommen. Und es ist halt, ja, ich gebe euch halt, wenn ich euch da das ein oder andere auch mitgeben kann, wo ich euch helfen kann, dann auf jeden Fall, sage ich, alles gut geworden, alles richtig gemacht. Ja, ja, Leute, ich habe schon wieder zu lange gesammelt. Wir sind schon wieder, ja, das Video ist schon wieder viel zu lang an dieser Stelle. Danke fürs Reinschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eigenen nächsten Videos auf diesem Kanal. Wie gesagt, Winterhalbjahr wird ein bisschen weniger, aber dafür wird im Sommer dann der große Angriff starten. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in eigener Videos in den nächsten Videos. Sagen wir dann, tschüss, haut rein, macht's gut und ciao.